Musik Moin moin und herzlich willkommen, hier ist euer Goblumbo. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich ein Event mitgebracht, der Herr der Narren. Und dieses Event braucht ihr für den Erfolg Marsch, Marsch. Und das findet ihr unter Kampagne, Akt 5. Und da geht ihr einfach drauf. Manche fragen sich natürlich, wo kriege ich natürlich dieses Event her? Das erzähle ich euch jetzt mal eben fix. Das ist gar nicht so schwer. Wir gehen in Akt 5 rein, haben vorher Abenteuer-Modus natürlich eingestellt. Und in die Pfade der Versunkenen, denn es ist ein Kopfgeld. Ziemlich cool. Also man braucht theoretisch nur einloggen, gucken, ob das Event da ist. Reingehen, wenn es halt da ist. Oder man lockt wieder aus und lockt wieder ein. Ihr kennt das ganze Prozedere. Und hofft, dass es halt kommt. Und dann hat man das auch schon geschafft. Also das ist gar nicht so verkehrt. Und in diesem Sinne halte ich mich heute kurz. Und wünsche euch viel Erfolg bei diesem Erfolg. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020